Curve Fever Hallo und herzlich Willkommen Ich bin heute Curve Fever Das ist das erste Mal, dass ich dabei bin Mauer, Danny, Dankeschön Die Stimme ist kaputt gegangen Das war freaky Hallo und herzlich Willkommen Das ist das erste Mal, dass ich hier bei Curve Fever dabei bin Das ist eine große Ehre für mich dabei zu sein Bei den revolutionären Leuten Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an Wieso nimmst du mein Video weg? Das ist mein Video Aber okay Und das würde ich sagen, können wir als Start benutzen Warum musst du schon starten? Oh Gott Ich bin rein Bin gestorben Du bist doch gelb Wir spielen heute Curve Fever und ich bin gelb Und ich bin rot Warum bist du gelb? Ich bin der gelbeste Punkt Erzähl erstmal eure Farben Obwohl man es auch lesen kann Aber erzähl eure Farben Ich bin die Fleischpeitsche Was war das für eine Pizza? Ist die neu? Ja Was macht die Pizza? Die macht andere Spieler dick Oh, oh Oh, oh Da verstehe ich nicht So, Curve Fever hier Freaky Sunday Und jetzt kann ich auch mal anfangen hier Nein Los Nein, ich lebe noch Nein Wieso lebe ich denn noch? Oh nein, oh, das war Seitenverkehr Oh, die saß jetzt ja Nein So, ja Guckt euch mir die rote Linie bitte an No need to moderate Wo sind wir uns? Ich bin ja oben Ja, ich bin ja oben Oh, Schau, Schali Nein Oh, der hat mal die ganzen Schildkröten einsammelt Oh, oh, ist doch dumm Das war dumm Nein, Schali Nein, Schali Ja, dabei sind heute der Schali Der Schali Was bringt das blau an? Die, äh Nein Die Danny Genau, die Danny Nein Die Danny, genau Die Danny ist dabei Alter, war ne witzig bin Der Retro-Danny Der Yasson Driesgott Yasson Driesgott Und, äh Die bezaubernde Patty, die in dem Spiel viel zu gut ist Naja Nein Ach, die macht ja auch nicht alles Nein, nein Oh Gott, bist du schlecht, Patty ohne Witz Weil, weil du gesagt hast, dass ich so gut bin Wir müssen jetzt immer sagen, dass Patty zu gut ist Du stehst unter Druck Patty, du bist zu gut ist Nein, nein Oh, das war dumm Ja, so Siegerkringel Wuuuuh Ich wollte die Synchronkurve Ja, wollte ich auch grad sagen, wir sind voll synchron gewesen Falls ihr euch denkt, warum spielen diese Spacken eigentlich so ein Spiel, äh, was macht Spaß? Weil es toll ist Ja, tatsächlich Weil es freaky ist Das ist freaky Wuuuhioè Wir wollen euch gleich noch im Geist... Ja, ich bin zu langsam Wollen wir noch so geist... Oh komm, 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 komm komm Komm, 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 komm Nein, oh, nein, oh, nein Oh Gott, schadies grad ist gestorben mit 1, als Punkt Gestorben, um ein Punkt zu sein So, dann habe ich schon mal Dennis ausgeschaltet und dann ist nur noch die doofe Paddy da. Willi, du musst gewinnen. Ja, das war dumm. So gewinnt man nicht. Siegerkriegel! Hey! Oh Gott ey. Fick is thunder immer wieder ab, tut keinen Sinn. Aber besser als Karaoke-Party. Bei Walter. Wow. Paddy, das war knapp. Der ist blau. Schade, hab ich fast getrunken. Das bist ja du, Jason, du Acer. Nö, nur Punkte. Nein, nein. Ah, Paddy, du bescheide. Oh, ich bin erster. Oh Gott, mit dem Druck kann ich nicht umgehen. Nein! Oh Gott. Ja, Danny gegen Charly. Wer gewinnt? Danny! Ich konnte nicht mal moderieren, so schnell war es vorbei. Das ist eine Fresse. Ah, das hat mir gefallen, die Runde. Ach, Vinny, du bist nicht dein erster. Paddy holt uns alle noch ein. Ja, das stimmt wohl. Paddy ist einfach mal overpowered im Spiel. Oh Mann, jetzt hat's mich doch mal nicht so unter Druck. Charly, guck mal, du hast ein S gemacht, Charly. Ist ja schön. Äh. Charly, du hast mich getötet, Charly. Ist ja schön. Wenn ich so gut gewesen hätte, hätte ich gewonnen. Toi, Charly, ich bin jetzt bloß noch Zweiter wegen dir. So, ich mach jetzt zum Penis. Geteilter Erster, Willi. Der Dritte. Geteiltes Leib ist halbes Leib, sag mal. Geht mal weg von mir, ich werd jetzt einen Penis machen. Geteilter Erster Platz ist nur ein zweiter Platz. Charly. Charly. Charly, Charly. Guck mal, die Eier hab ich nicht getötet. Aber ich muss sagen, Charly den längsten, ey. Alter, Charly, dein Stab ist so lang, ey. Und so krumm vor allem. Oh Gott, das war dumm. Oh, Willi, ey, das war dumm. Das war dumm. Aber die Fleischpalsche macht ihren Namen gerecht heute. Oh oh. Der war geschlecht. Aber die Fleischpalsche ist nicht lang genug, um Paddy zu besiegen. Um Paddy zu weich. Zu breit für die kleinen Lücken. Paddy kennt ihr die besonders lang. Was? Das merke ich mir. Nein! Oh! Das war grad richtig. Das war minus knapp, ey. Da hab ich fast gestorben. Ich war grad in der Kurve. Und da war's vorbei. Oh, da hab ich gewonnen. Da hab ich gewonnen. Ich würd mal sagen, dann sieht man mal, wer hier der Style und das Geld hat. Na, ich? Der Style und das Geld. Ich hab Style und das gern. Heißt das der Style? Der Style. Der Style. Ich weiß es nicht. Das geht steil. Ne, ohne Witz. Ohne Witz. Nein. Das war knapp. Das war knapp. Schei, warum bist du da reingefahren? Ich weiß es nicht. Geh weg, geh weg. Nein. Gestorben. Oh Gott, Dennis. Willi, du warst zu schnell. Gestorben. Hallo, Achtung. Polizeikontrollen sind zu schnell. Wollte ich grad sagen. Scheiße. Zu langsam. Oh Gott, ey. Geh weg. Das ist mein Kreis. Weg. Weg. Nein. Du kannst nur gewinnen, Paddy. Du hast die bessere Bahn gehabt. Du hast die bessere Bahn gehabt, Paddy. Äh, Paddy. 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 Who is your Paddy? Oh Gott. Paddy nicht. Nein, Paddy. Warum bin ich so dick? Das war unfair. Nein. Rot ist nur für mich, oder? Nein. Ich war zu fett. Ich kam dann drauf. Alter, Charlie, was ist das für einen fetten Kringel, ey? Wie komisch. Guck dir mal meine an. Oh ne, Billy, Paddy hat wieder eingeholt. Ja, naja, wenn ihr mich ganze Zeit tötet. Ach, wir sind das schuld. Vorsetzt nicht, ey. Oh, es ruckelt. Nein, nein, nein. Mein Bizzi schafft es nicht. Das Superspiel. Oh, Charlie. Die YouTuber Staatsanwalt stellt sich ein. Ach, will ich das Geld machen, oder muss ich das? Oh nein, Charlie, du hast mich getötet. Du hast mich getötet. Ja, Charlie, du hast mich getötet. Auf dem Grab stellen von mir steht jetzt auch drauf. Charlie, was? Charlie, was? Ach ja, und der Puppe, nee, ne? Der hat heute Geburtstag. Ja, der Puppe hat heute Geburtstag. Das haben wir auch schon heute. Das haben wir gesagt. Happy Birthday to you, oder so. 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 Oh, Charlie, ey, hast du mal richtiges Ding rausgehauen, ey. Mann, erst mich töten und dann gewinnen. Kann ich anders. Ja, so muss das sein, ne, Willst? Nein, Dennis ist vorne. Was soll das sein? Nein, 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 hört auf, hört auf. Oh, Danny, das war ja schlecht. Nein, was mache ich denn? Ja, Charlie, jetzt, jetzt will ich einsteigen, mit dem du ganz schnell stirbst, ja? Das habe ich ja gerne. Oh, Paddy, bist du schlecht. Ich weiß aber, wenn du dich kennst. Halt die Klappe, Danny. Du bist viel eher gestorben. Das hat doch nichts damit zu tun, ob man gut oder schlecht ist. Du bist unten, du bist jetzt da. Das fahre ich leicht nach Hause. Das darf auch nicht sein, ja. Ich muss mal sagen, Dennis führt mit 4 Punkten Vorsprung auf Wilms und Paddy, die gleich auf mit 28 Punkten liegen und danach der Charlie mit 23 kleinen Pünktchen und Danny, der mich jetzt töten will. Nein, nein! Der mit 19 Punkten ganz weit abgeschlagen ist. Charlie, das war dumm. Das war dumm. Wert! Ja, natürlich. Danke, Charlie, ich brauche ja die Punkte nicht, um zu gewinnen. Scheiße, was mache ich denn da? Das geht so schwer, ich bin gerade ausgefallen. Aber es ist immer wieder ein schönes Picasso. Das habe ich gewonnen. Das habe ich gewonnen. Oder auch Ed Hardy. Naja. Ed Hardy? Oder Ed Hardy, alles klar. Es ist abstrakte Kunst. Ja, Ed Hardy machte abstrakte Kunst, oder? Charlie! Oh Gott. Dafür konnte ich nicht zu, bis du mir reingefahren hast. Ja, aber wo soll ich denn hinfahren? Meine Linie ist expandiert und du bist einfach im Weg. Jetzt gewinnt Charlie noch, oder wie? Willi? Schau dir mal halt die Nase an, die ich gemalt habe. Boah, Alter! Oh Gott, das ist Thaddeus, oder? Das ist Thaddeus, 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 Thaddeus. Ja. Hat noch geklappt. Warum nicht? Ich bin tot. Und ne, Paddy holt auf. Wie merkt man, dass ich nicht so aufs Curve Fever spiele im Gegensatz 2? Ja! Und ich halte mich immer hohe zu punkten. Ja, ich bin wieder vorne. Paddy darf keine 2 Punkte machen. Dieser dumme Charlie. Mein Ziel ist jetzt, Charlie 1 zu holen. Weil der darf nicht vor mir sein. Das kann nicht sein. Doch, Paddy muss gewinnen. Also ihr lasst lieber Paddy gewinnen, als mich? Nein! 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 Das ist doch scheiße, ey. Das ist doch scheiße, ey. Scheiße, ich stink's. Nein! Verdammte Kacke, ey. Ja! Siegerkringel! Ich hab den kleinsten Siegerkringel, der je gemacht wurde. Ja, okay. Das ist doch den kleinsten Siegerkringel, ey. Oh, scheiße, das ist nicht dein Ernst, ey. Das ist immer so... Ich mag echt Ragequid hier, ey. Als Aufnehmer. Als Aufnehmer. Als Aufnehmer. Was ist denn gerade aktiviert, wenn ich mal fragen darf? Durch die Wand fahren. Penis ist aktiviert. Oh, warum sagst du es nicht früher? Nein! 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 Bäm sich herzlich! Guck mal, ich mach das Naruto-Teil. Ach, Schei, komm! Ich hab nichts da durchgefahren, einfach! Guck mal, ich hab das Naruto-Ding gemacht. Nein! Oh, Scheiße! Scheiß. Ich muss dich nichtこれ hoch schlafen können mein Mann eine Wahlt amieinற gar nicht. Das war mega unfair! Seih! Siegerkringel! Wir stehören Sie vorn. Tschüss. Tschüss. Tschau.